Musik Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von dem, was wir sehen. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, den wir unsichtbar hinter allem Sichtbaren erhoffen. Möge Gott uns alle Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet aus der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Wien 5 Haus. Es freut mich, dass das erste Mittagsgebet im Jahr 2021 hier aus dem Jubiläumssaal der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Wien kommt. Jubiläumssaal deshalb, weil dieser Saal zum 50-jährigen Bestehen der Methodistenkirche in Österreich gekauft wurde. Das war genau im Jahr 1921, vor 100 Jahren. Es ist nun also ein doppeltes Jubiläum. 150 Jahre für die Methodistenkirche in Österreich und 100 Jahre für den Jubiläumssaal in Wien 5 Haus. Und ich hoffe natürlich, dass noch viele Jahre segensreicher Arbeit dazukommen werden. Feiern wir nun in der Gegenwart Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Wochenpsalm für diese Woche ist der hundertste Psalm von Martin Luther übersetzt. Jauchtet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt für sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Der Lehrtext aus Matthäus 2 steht ganz im Zeichen des sogenannten Dreikönigstages. Da die Waisen den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus hinein und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an. Die Geschichte von den Waisen aus dem Morgenland gehört wohl zu den bekanntesten biblischen Geschichten. Matthäus beschreibt diese Männer kurz als Magoi, also Magier, die sich aus einem fremden Land auf eine wohl ungewisse Reise gemacht haben. Nur ein Sternbild gab ihnen den Hinweis auf die Geburt eines neuen Königs. Ich frage mich, was diese Menschen auf ihrer Reise angetrieben hat. War es nur Neugier oder muss es nicht etwas viel Stärkeres gewesen sein? Die Sehnsucht danach, dass sich mit diesem neuen König etwas ändert. Die Hoffnung darauf, dass die Welt nicht bleibt, wie sie ist. Die Erwartung, jemanden zu finden, der wirklich anbetungswürdig ist. Ich denke, nur eine solche Sehnsucht kann es gewesen sein, die sie zu dieser Reise angetrieben hat. Und als sie dann den Stern sahen, da wurden sie hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an. Hoch erfreut. Die Waisen hatten gefunden, wonach sie gesucht haben. Sie haben nämlich einen König gefunden, dessen Herrschaft nicht von oben kommt. Eine König, der genau deshalb anbetungswürdig ist. Weil er ein Mensch ist, in seiner ganzen Bedürftigkeit. Verletzlich, wie ein neugeborenes Kind im Winter draußen in einem Stall. Dieses Kind ist es, das alles heilt und wegnimmt, was diese Welt zerstört. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du kennst uns, wie wir sind. Und zu dir dürfen wir kommen, wie wir sind. Du kennst unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Frieden. Du kennst unsere Sehnsucht nach einer anderen, einer heilen Welt. Du kennst aber auch unsere Trägheit, die uns immer wieder daran hindert, aufzubrechen und der Stimme unserer Hoffnung zu folgen. Hilf uns und lass uns von den Weisen aus dem Morgenland lernen. Lass uns wie sie nicht ruhen, bis auch wir den finden, bei dem sich unsere Hoffnung erfüllt. Jesus, dessen Herrschaft nicht von oben kommt, sondern von unten. Jesus, der uns zeigt, vor wem wir niederknien sollen. Menschen, die so verletzlich sind wie ein neugeborenes Kind im Stall im Winter. Auch heute gibt es viele, denen gesagt wird, es ist da kein Platz. Kinder in nassen Zelten, in Flüchtlingslagern wie Karatepe. Schwangere in Bosnien, deren Lage die EU zwar als inakzeptabel bezeichnet, doch ihnen die Tür zu öffnen, dazu reicht das Mitgefühl nicht. Barmherziger Gott, Lass uns nicht ruhen, auf unserer Suche nach einer anderen, einer friedvollen und heilen Welt. Und lass auch uns hoch erfreut sein, wenn wir dich entdecken, in einem jeden bedürftigen und verletzlichen Mensch. Leite und begleite uns in diesem neuen Jahr. Und höre uns, wenn wir mit den Worten beten, die Jesus uns gelehrt hat. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken und Schritte uns heute noch führen, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns tröstet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Vertraue und glaube, Untertitelung des ZDF, 2020